Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Alter Schwede ist in den letzten drei Tagen viel passiert. Unfassbar, hätte ich selber nicht gedacht. Also wir haben so ein paar Sachen angestoßen, die eingeschlagen sind wie eine Bombe. Aber jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen am Donnerstag an. Da habe ich hier bei den Rindern die Wasserversorgung weiter verlegt. Aber das zeige ich euch mal schnell, damit ihr hier wisst, was ich hier den ganzen Donnerstag getrieben habe. Dass hier oben die Wasserversorgung einer Hauswand entlang verlegt, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Das haben wir vor ein paar Tagen gemacht. Das endete dann dort oben und jetzt haben wir folgendes gemacht. Hier geht die Wasserleitung weiter runter. Und da ist jetzt ein Wasserhahn dran, damit wir hier jederzeit Wasser entnehmen können. Was weiß ich, um die Stiefel sauber zu machen, um eine Gießkanne voll zu machen, völlig egal. Und wenn wir hier oben weiter gehen, der Balken ist neu, der Pfosten ist neu. Geht die Wasserleitung da runter, geht dort auf das Tor und endet dann da vorne im Tränkbecken. Das haben wir aus folgendem Grund gemacht. Wir brauchen jetzt da rechts nur den Wasserschlauch von dem Schwimmer abmachen, können das Tor öffnen. Das geht dann auf. Die Wasserleitung ist weg. Wir fahren nicht mit dem Trecker drüber. Aber alles ist super. Das Tor ist jetzt gerade. Wir haben ja jetzt den Pfosten und oben diese Verstrebung eingebaut. Und somit ist die Wasserversorgung bei den Rindern jetzt mal richtig sichergestellt. Ihr seht schon, es hat mal wieder geregnet. Wir werden jetzt hier morgen oder übermorgen mal einmal um die Futterraufe sauber machen, einen neuen Strohballen in den Unterstand fahren und dann haben die Rinden das auch wieder schön. Wir haben gerade noch einen neuen Silageballen bekommen. Also eigentlich sind die hier alle glücklich und zufrieden. Am Freitag war ich mit Charlie unterwegs. Da waren wir in Westerkappeln beim Edelstahlhaus. Was wir da gemacht haben, das zeige ich euch mal in einem separaten Video. Da habe ich nämlich richtig viel filmen können, richtig viele tolle Aufnahmen gemacht. Der Charlie ist gerade dabei, an seinem Auto was zu montieren, was wir da abgeholt haben. Aber dazu später mehr. Da machen wir ein separates Video zu. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch da auch was von gebrauchen. Also dazu später mehr. So, am Donnerstagabend, nachdem ich hier mit der Wasserleitung fertig war und alles erledigt war, hatten wir... Nein, ich muss anders anfangen. Wir haben schon seit Längerem die Überlegung, ob wir nicht einen unserer Schlepper gegen einen Hoflader tauschen sollen. Das Ganze geht schon seit Wochen und Monaten hin und her und hin und her. Brauchen wir einen Hoflader? Brauchen wir einen Frontladerschlepper? Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Was passt am besten zu uns und zu unserem Hof? Donnerstagabend habe ich dann unseren Frontladerschlepper ins Internet gestellt zum Verkauf. Und was soll ich sagen? Freitagmorgen war er verkauft. Weg. Ratzfatz von jetzt auf gleich. Also unfassbar. Ging schneller, als ich gedacht habe und schneller, als wir darauf vorbereitet sind. Also von daher gehen wir einmal noch einen letzten Blick auf den Schlepper werfen. Ich muss noch ein paar Sachen machen, bevor der nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag abgeholt wird. Aber wir gehen mal eben gucken und dann spinnen wir mal eben zusammen durch, was wir jetzt machen. Wir haben drei, vier verschiedene Optionen. Ihr könnt mir dann ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, wie ihr das seht. Wir haben gerade so einen kleinen Favoriten in der ganzen Geschichte. Aber jetzt gehen wir erstmal nach vorne. Da zeige ich euch noch, was wir heute gemacht haben. Also gestern war Donnerstag Wasser. Freitag Westerkappeln, Edelstahlhaus. Heute Holz. Aber wir gehen mal eben gucken. Der Missstreuer ist relativ leer. Das sind die schäbigen Reste, die noch drauf geblieben sind. Wir haben heute richtig Gas gegeben und haben hier gesägt und gespalten und wegsortiert. Aber das zeige ich euch jetzt mal schnell, wie wir hier gewirbelt haben. Da ging ordentlich die Luzi ab. Und das ist jetzt der Rest, den wir noch verarbeiten müssen. Und das ist jetzt der Rest, den wir noch verarbeiten müssen. Und das ist jetzt der Rest, den wir noch verarbeiten müssen. Hier haben wir jetzt eine Kiste. Das sind die ganzen Äste kleingesägt und zerschnitten und durchsortiert. Alles, was etwas dicker war, haben wir gespalten. Das liegt jetzt unten drunter. Charlie hat mit der Wippsäge gesägt. Robin hat mit dem Holzspalter gespalten. Und ich habe in der Zwischenzeit hier den Hof aufgeräumt, die Rinder versorgt und so. Also waren wir heute zu dritt. Und das hat ordentlich Luft gegeben. Hier einmal die Kiste mit dem Astwerk. Und da jetzt die Kiste mit dem ganzen gespaltenen Stammmaterial. Ein bisschen was haben wir noch gesägt und dann erst gespalten. Aber das habt ihr ja gerade gesehen im Schnelldurchlauf. Mal eben einmal schnell zeigen, was wir so hier veranstaltet haben am Nachmittag. Und so sieht es da jetzt aus. Zwei Kisten sind voll. Eine, denke ich, ist noch auf dem Missstreuer. Und dann ist die Eiche, die wir im August vorne in der Pachtfläche gesägt haben, damit auch Geschichte. So, jetzt bin ich aber mit Robin an seinem Auto zu Gange. Letzte Woche hatten wir diesen Lichtbalken, diese Light Bar oder Lichtbalken montiert. Und heute gibt es ein Blitzlichtgewitter. Gucken wir uns mal schnell an, wie weit er da ist. Wir haben es gerade schon mal Probe laufen lassen. Sieht ziemlich cool aus. Könnte ich mir auch auf dem Schlepper vorstellen. Aber dazu dann gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal gucken, wie weit der Robin ist. Hier hat der Robin jetzt einen 90 cm Blitzlichtbalken montiert. Den finde ich ziemlich geil. Den werden wir wahrscheinlich auch auf unserem Schlepper montieren, weil das macht richtig was her. Und vor allen Dingen, wenn man das Ding anhat, da wird man gesehen. Da kann keiner hinterher sagen, ich habe nicht gesehen, dass der mir entgegenkam oder dass der unterwegs war. Richtig cool. Zeige ich euch gleich mal, wie es läuft. Das müssen wir jetzt eben noch verkabeln und anschließen. Der Rest ist schon erledigt. Wir sind jetzt hier vorne bei dem Schlepper, der uns erhalten bleibt. Also der, den wir im Dezember 2021 bekommen haben. Der bleibt hier. Der hat ja den Frontkraftheber dran. Und das ist jetzt der Schlepper, der gesetzt ist. Der andere Schlepper ist verkauft. Und jetzt kommen wir mal zu den beiden Varianten, die wir angedacht haben. Zwei oder drei Varianten vielleicht sogar, die wir angedacht haben, um zu überlegen, wie es hier mit unserer Trecker-Schlepper-Fuhrpark-Geschichte am Hof am Ende dann weitergeht. Variante 1 wäre, dass wir an dem Schlepper zusätzlich einen Frontlader montieren. Das war eigentlich mein erster Gedanke, zu sagen, wir verkaufen den Schlepper vorne mit dem Frontlader und können mit dem hier alles machen, was wir jetzt mit zwei Treckern machen. Haben dann nur noch einen Schlepper. Müssten dann aber im Sommer beim Siloballen holen immer Anhänger abkuppeln, Anhänger wieder drankuppeln, wenn wir aufgeladen haben. Riesen-Hack-Mack und wir haben ja zwei Schlepper, damit wir halt gerade bei so Sachen wie Mist aufladen oder irgendwelche Sachen verladen, einmal die Möglichkeit haben zu beladen und der zweite Trecker am Anhänger hängt und dann das Zeug wegfährt. So, also Variante 1, hier einen Frontlader nachgerüstet. Angebot habe ich vorliegen, brauche ich nur noch unterschreiben, zurückschicken, dann hätten wir einen Frontlader bestellt. Der wäre Anfang Februar lieferbar, wir würden ihn dran bauen und dann hätten wir anstatt zwei Schlepper oder zwei Fahrzeuge nur noch einen. Hier stehen wir jetzt vor unserem verkauften Schätzchen und jetzt kommen wir zu Variante 2. Das ist mir hinterher eingefallen, da haben wir heute drüber nachgedacht und Diana findet Variante 2 geiler. Variante 2 ist, der Schlepper geht weg, der andere Schlepper bleibt, wie er ist und wir kaufen uns einen Hoflader. Das war schon immer meine Idee, weil wir ja auch das Problem haben, dass wir bei den Rindern in den Unterstand nicht reinfahren können, dass es hier teilweise echt krass ist an den Ecken. Ihr habt ja selber alle geschrieben oder viele von euch haben geschrieben, du kommst da gar nicht um die Ecke rum, du fährst dir die Ecke vom Abdach ab, ist alles viel zu knapp. Und deswegen war jetzt die Variante 2, den Schlepper durch einen Hoflader zu ersetzen. Das würde bedeuten, beim Mistverladen, bei allen Arbeiten hätten wir den Schlepper, der hinten in der Wiese steht, um den Anhänger oder den Miststreuer zu ziehen und könnten mit dem Hoflader aufladen, Rinder füttern, einstreuen, ausmisten. So, ich habe einen Hoflader gefunden, den werden wir uns am Mittwoch angucken. Da ist eine feste Kabine drauf, der hat Allrad, der hat Breitreifen, der hat eine Anhängerkupplung, der hat einen dritten Steuerkreis, Kabine mit Heizung. Ja, und alles, was ein Hoflader halt braucht. Kann knapp eine Tonne heben und ja, das werden wir uns am Mittwoch anschauen, das Ding. Und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Ein Schlepper mit Frontlader, Frontkraftheber, der alles erledigt, war unser erster Gedanke, gefällt mir aber selber gar nicht so gut und Diana hatte die Idee mit dem Hoflader. Oder wirklich die Variante Einschlepper, um die Arbeiten hier durchzuführen und den Hoflader, um zu misten, Futter reinzufahren und solche Dinge zu machen. Ich habe jetzt ganz viele Kollegen auch bei YouTube gesehen, die einen Hoflader haben, die erst gesagt haben, brauchen wir alles nicht. Und die jetzt mit dem Hoflader mehr unterwegs sind als mit dem Frontlader-Schlepper. Ich glaube auch, dass so ein wendiger Hoflader, der ähnliche Hubkapazitäten hat wie der Trecker, das ist ja der große Vorteil bei uns. Wir haben ja jetzt nicht einen Schlepper mit einem Frontlader, der anderthalb Tonnen hebt, sondern wir konnten hier 1150 Kilo. So, der neue Frontlader, also der neue Hoflader am Frontlader könnte so 900, 950 Kilo. Wäre also vergleichbar, wir hätten kein Problem mit Siloballen, mit Strom, mit allem was wir machen, mit Mist aufladen. Es wäre alles vergleichbar, nur mit dem Unterschied, dass wir einen viel, viel wendigeren, ein viel wendigeres Fahrzeug hätten. Sagen wir mal so. Ja, der würde uns an der einen oder anderen Stelle entlasten. Wir könnten mit dem Hoflader sogar in den Stall fahren. Also die Kabine hat eine Höhe, dass ich vorne durch die doppelflügelige Tür passe. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Schweinestelle ausmisten, das in die Schubkarre werfen, mit der Schubkarre nach draußen, entweder auf dem Misthaufen oder in den Frontlader. Wir könnten mit dem Hoflader in den Stall fahren, könnten den Mist in den Frontlader schmeißen und dann direkt zum Misthaufen fahren. Also viele Pluspunkte, Beleuchtungsanlage ist dran, der ist für die Straße zugelassen. Also alles, was wir eigentlich brauchen. Klar fährt er keine 40, sondern nur 25. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie oft fahre ich weite Strecken. Und bis jetzt haben wir ja alles, was wir besorgt haben, hier aus der näheren Umgebung geholt. Also von daher wäre das jetzt nicht so schlimm. Also ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Also Variante 3 ist für uns eigentlich die teuerste aller Varianten. Das würde nämlich bedeuten, wir kaufen uns einen Hoflader und rüsten einen Frontlader nach. Aber da bin ich jetzt noch ganz weit von entfernt. Wir haben jetzt einmal die Option Frontlader oder Hoflader. Und ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie ihr das seht. So, damit wären wir am Ende des Videos. Es ist nicht besonders lang geworden, weil nicht viel passiert ist. Die Wasserleitung ist verlegt, Holz ist wegsortiert zum Großteil und gespalten und in den Kisten. Gestern waren wir unterwegs, da gibt es ein separates Video zu. Und damit bleibt mir am Ende jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Da sehen wir uns am Donnerstag. Da gibt es viel zu berichten. Ich werde filmen, welchen Hoflader wir uns am Mittwoch angesehen haben. Das könnt ihr alles am Donnerstag gucken. Und wer dann sagt, ich warte mal erst, was der sich da anguckt, der schreibt dann nächste Woche in die Kommentare, was er machen würde. Und dann bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Sag liebe Grüße, einen schönen dritten Advent für euch alle. Genießt den Sonntag. Nächste Woche, heute in einer Woche ist Weihnachten. Und so haben wir noch eine Woche Ruhe vor dem Sturm. Also bis Donnerstag und Tschüss. Und so haben wir noch eine Woche. Bis zum nächsten Mal.